Der Ballon ist bereit! Hör mir genau zu, du dummes Girl! Ich frage dich zum allerletzten Mal, warum zum Donner ist dieser verflixte Drache noch hier? Ich wollte ihn verjagen, eure Hoheit, aber er hat einfach vor gar nichts Angst. Vor nichts Angst? Vor nichts Angst? Wozu hab ich dich all die Jahre trainiert? Benutz etwas Magie! Hier, ein Zauberbuch. Rufe ein Monster. Und mach ihn fertig! Äh... Fertigmachen? Egal wie du's anstellst, nutzloses Gehör. Hauptsache du wirst ihn los! Okay, was haben wir denn hier? Ähm... Das sollte klappen. Ihr könnt mich hier nicht für immer einsperren. Bruna, lass mich hier bloß raus. Das ist inakzeptabel. Du, komm her! Oh je! Oh je! Was soll denn das? Was soll denn das? Was soll denn das? Oh je! Oh je! Oh je! Als ich gehört habe, dass die Zauberin dich überfallen will, bin ich sofort hergekommen! Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh.